Es ist Zeit für World on the Ground Wrestling. Tekla! 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 Harte Schläge von Chopin. Hopalam! Das war das erste Text. Nein, das wirkt nichts, das ist eine Dame. Hallo? Stark, die Dame! Oh, gewechselt wurde! Ja, da ist nichts drin, da kannst du schütteln, was du willst. Rosigang! Jawohl! Da ist die Rosi! Und da ist die Resi! Aus der DDR! Die Rosi von der Welt! Ihr sollt's kämpfen und nicht tosen! Jawohl! Jetzt ein Lock! Und eine Pusse drauf! Bitte nimmst den Kampf ein bissl ernst! Wir kämpfen da! Also Moment, die Conchita hat für mich ein Hohen auf dem Gesicht! Oh, ich geh behind! Und eins zum Bodyslamm! Nein, Sachen, die kämpfen hier mal ihr Leben! Also, es könnte sein, als würde es irgendwen da Spaß machen! Der muss doch mal auf das Auto hier! Und der auch ein Bord! Und ein Dirndl! Oh, ein Steppe! Rosi! Rosi, du verlierst deine Haare! Und das hast du? Oh! 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 Das würdeo! Hast doch dein Mord mit Tropo! Hey! Das ist illegal! Hiß mir die Haare! Uhm... Whoa! Oh, ja! War ja immer blond, nein, die andere ist blond, sie ist schwarz, aber wurscht. Wurscht! Ein schöner Helfer! Ja! Genau, die ist nicht blond, die ist rothaarig! Und ein Ansatz zum Slipperhold! Slipperhold-Ansatz! Wird die Rese aufgeben! Schüttel so, wenn sie so klar, Herrs! Shake, rock, rattle and roll! Fuck it! Fugdisziplin einhalten! Was fuckdisziplin einhalten? Ah, catfight! Ja, du kust, äck, äh! Also, wo sind die Dekler-Fans? Auf der Bühne, wie sie sein hast! Alter, wir sind seit Hedlock am Boden. Oh, schön rausgedreht. In deine Bullfahrer, das konnte keiner haben schon! Ja, die Dekler ist heute total fokussiert! Ja, die Dekler ist heute total fokussiert! Ja, die Dekler ist heute total fokussiert! Wie der Ansatz? Ja! Oder die Dekler so klar! Oh! Was wird das? Ja! Oh, harte Aktion! Mir darat zwei! Aber mir darat bald was weh! Oh, ein harter Dreh! Ja! Elbo! Oh! Ja, Tjapella macht sie fertig! Ja! Und eine Schulter weniger, also! Ein Schulterscherzerl zum Verkaufen! Oh, Ansatz! Ja, brieche, die Sastl! Seh wurscht! Oh, hoppala! Schön gekontert von Dekler! Ich glaub, die hat heimlich beim Fugo Vietnam trainiert, oder was? Ey, 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 ey! Es hat ein wenig... Oh, Gott! Aufgabe! Achso, das hätte eine Referiefrohrung so, Entschuldigung! Achso, schön gekontert! Und Ansatz zum Seid Hetler! Echt, Aufgabe! Keine Aufgabe! Keine Aufgabe! Warum nicht? Dekler! 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 Und gut gekontert von Dekler! Das hatten wir heute schon mal, aber gut! Entweder bleibt dir die Luft ab, oder das Kopf abgeholt! Oh, sehr schön! Nein! Gelenke gesungen! Faceline! Oh! Heuferi! 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 Na! Heuferi! 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 Okay, aufer! Heuferi! Ja! Und diee... Hey, hallo! Illegale Nagellack-Kampf-Inferner. Hey, das soll ein Kampf sein! Das ist eh einer! Also, vergiss den Peruken nicht! Also, das dürfte weh getan haben, scheinbar. Also, wir nicht, aber... Aber es sind doch Damen, die sind ein bisschen zartbeseitet. Wuhuuu! Wuhuuu! Jetzt geht's endlich los! Hey! Resi! Rosi! 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 Was für eine tödliche... Rosi, Rosi! Die käme nicht mehr aus! Also, das war sehr technisch angebührt. ... ... ... ... ... ... ... Atomic Drop, mit einer 2. Ansatz zum Suplex. Ein schöner Snap-Suplex. Wo sind die Tekla-Fans? Wo ist eigentlich meine Unterladungsmusik nicht her, aber wurscht. Bravo! Besser! Danke. Bitte beim Anfang des Kampfes, danke. Ansatz? Kammer! Ah, nee, das ist... Oh! Oh, Katapult! Hey, Referee! Eins, zwei, drei, vier, 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 vier. Oh, Referee und Rose, on the right. Wuh! 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 Ich frage, sind das Jobs oder Titten-Krabscher? Das weiß ich bis heute nicht. Wuh! Okay, das war jetzt eindeutig. Ah, ich frage, ich würde dazwischen gehen. Das schaut gefährlich aus. Wuh! Oh! Hallo! Da mag mir was! Hey, hallo, was ist das? Hey! Wo ist die Kampflecke? Hallo! Wo ist die Kampflecke? Wuh! Wuh! Hey, hey, hey! Nicht schieß! Was? Der hat geschossen ist auf das Land. Ja, was magst du das denn? Ja, ich? Das war der Referee, das war der Referee, das war der Referee, das war der Referee, das war der Referee. Das war der Fertig-Kampfer. Das war der Fertig-Kampfer. Das ist ein Fertig-Kampfer, wenn die Fertig-Kampfer nicht mehr da sind. Es ist kein Einzelmeld. Partnerinnen, Partnerösen, was jetzt? Gut! Schiedsrichter, Entscheidungen sind Tatsachen-Entscheidungen. Also ein No Contest, sorry! It's time for World on the Ground Wrestling.